Hohe Energie bei niedrigen Temperaturen. Optimieren Sie den Ladevorgang Ihres vollelektrischen BMW auch bei kaltem Wetter. Je nach Modell kann das Batteriewärmemanagement für DC schnell laden, dabei helfen die Ladeleistung zu erhöhen und zu beschleunigen. Um im Winter an einer öffentlichen DC-Ladestation die ideale Ladeleistung zu erreichen, geben Sie in BMWs mit Operating System 8 die gewünschte Ladestation als nächstes Ziel im BMW Maps Navigationssystem ein. So erwartet Sie ein warmes Willkommen. Nutzen Sie einfach Ihre verbleibende Reichweite, um zur ausgewählten Ladestation zu fahren. Während der Fahrt bereitet das BMW Batteriewärmemanagement die Hochvoltbatterie für den Ladevorgang vor. Wenn Sie ins Navigationssystem eines BMW iX3 eine öffentliche DC-Ladestation eingeben, erhalten Sie automatisch die Aufforderung, Ihre Batterie für das Aufladen vorzubereiten. Oder Sie gehen direkt zu installierten Apps und wählen Batterie vorheizen. Sie können auch die Sprachsteuerung nutzen und Ihren BMW Intelligent Personal Assistant auffordern. Hey BMW, hilf mir die Ladedauer zu reduzieren. Die effizienteste Methode für die Reduzierung der Ladedauer ist die Nutzung einer Schnellladestation. Sie kann große Energiemengen bereitstellen und reduziert die Ladedauer erheblich. Wenn Sie die Zielführung zu einer Schnellladestation aktivieren, wird die Batterie vorbereitet, um die maximale Energiemenge aufzunehmen. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Das Beste aus Ihrem BMW đâu .